Dieses Video heute ist besonders interessant für alle unter euch, die eine neue Felgenbürste suchen. Hier mit so einem Mikrofaser-Bürstenkopf. Und das ist ja mit das schonendste, was es aktuell auf dem Markt gibt im Bereich der mechanischen Felgenreinigung und Felgenpflege sozusagen. Hier die beiden Bürsten von Lecargo. Die Small-Variante ist so neu, da habe ich für euch ja schon das Testvideo rausgehauen. Und das Team von Lecargo, die sich echt Mühe geben, hier richtig coole Produkte auf den Markt zu bringen, die haben hier für euch nochmal eine Aktion vorbereitet. Und ich gebe die so eins zu eins an euch weiter, weil ich auch so eine junge Truppe natürlich mit unterstützen möchte und weil sie einfach auch coole Produkte auch für unsere Fahrzeugpflege hier uns zur Verfügung stellen. Also den Test schaut euch auf jeden Fall noch an und nach dem Intro gibt es alle weiteren Infos. Viel Spaß! Ja, die Jungs haben mich kontaktiert und gefragt, wollen wir hier für die Community nochmal eine Aktion starten mit den beiden Felgenbürsten. Und ja, da bin ich der Letzte, der da irgendwie Nein sagt oder so. Also wenn ihr da Prozente sparen könnt, dann sage ich natürlich nicht Nein und gebe das eins zu eins hier an euch weiter. Das heißt, ihr könnt jetzt mit dem Gutscheincode, den ich hier an der Seite für euch einblende, auf jeden Fall bei beiden Felgenbürsten eine Menge sparen. Alle Preise und auch dann den Preis nach dem Gutscheincode Rabatt findet ihr hier drüben in der Infobox. Und damit könnt ihr euch eine der beiden Bürsten nach Hause holen. Und Service von mir, ich blende euch jetzt auch nochmal hier die Maße der einzelnen Felgenbürsten ein, damit ihr gleich in dem Video nochmal entscheiden könnt, welche ist denn für mich besser geeignet. Hier die Small-Variante oder vielleicht die normale Variante. Und vielen, vielen Dank nochmal an das Team von LeCargo, die hier die Sache auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank für den Code, der jetzt dieses Wochenende gültig ist. Alle weiteren Infos, wie gesagt, hier drüben in der Infobox. Und das ist für mich aktuell so State of the Art, wie man das so sagt. Diese Nylonfelgenbürsten mit diesen harten Bürsten haben für mich so ein bisschen ausgedient, weil das wirklich hier die schonendste Variante ist und auch die sicherste Variante für die Felgen, wenn es um die mechanische Wäsche geht. Also, vielen, vielen Dank an das Team für die Rabattaktion. Schlagt gern zu, schaut euch hier die Angebote an. Alles unten nochmal verlinkt und bei Fragen einfach hier unter dem Video melden. Oder wenn ihr Fragen zu den Bürsten habt, schaut euch die Testvideos an. Dazu gab es ja schon einen Test und dazu soll es jetzt auch schon einen Test gegeben haben. Und bei Fragen melden. Ansonsten schaut gern vorbei und vielen Dank nochmal an das Team für die tolle Aktion. Vielen Dank auch nochmal an euch für den Support. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr einschaltet. Haut rein und gönnt euch das. Ciao. !